Leute, willkommen zu Minecraft. Perth 3 Edition und ja, ihr habt bestimmt schon gesehen, dass ich nicht mehr Creeper for 098 heiße, sondern ich heiße jetzt T-Docs88. Leute, und ihr seht schon, ich habe ein neues Textile Pack, ein neues Projekt hier, das ist Minecraft World Island. Und es tut mir leid, dass ich dieses Projekt schon angefangen habe, ohne Aufnahme, aber ich hatte da ein paar Schwierigkeiten. Und hier, dann hatte ich schon Pech gehabt, aber trotzdem, ich habe gesehen, es ist so ähnlich wie Aura. Ich musste mich rüberbauen, mit Kilian zusammen, mit meinem neuen Freund hier. Wie heißt er noch? Ich muss eben nachschauen. Atomshooter 2006, mit dem habe ich das Projekt alles angefangen. Und, ja, dieses Projekt wird auch nicht lang bleiben. Und, oh Gott, das. Ich habe auch schon Dias gefunden. Ich habe hier auch schon Diamantenstiefel, Diamant Hose, eine Eisenbrustplatte und einen Diamantenhelm. Ähm, das ist alles von, äh, das ist gar nicht gecheatet. Obwohl, doch, es ist gecheatet. Aber, es ist nur zur Hälfte gecheatet. Es ist für das Projekt hier gecheatet. Denn dazu brauchen wir ja auch Sachen. Und, da hinten leben wir jetzt halt. Da ist nochmal ein Sohnfels. Da ist der Dschungel. Da ist der Nässer. Hier kommt tagsüber. Ah, das kann man einstellen hier. Okay. Da kommen immer hier Raketen raus. Da oben kommt immer Essen raus. Das fällt hier rein. Hier ist aber noch nichts. Und, gut. Ich hoffe, ihr könnt es vernünftig sehen. Das ist kein HD hier. Und, ja. Und es tut mir auch leid, dass später, also auch letztens, kaum Videos kommen. Und es wird die nächste Zeit auch kaum Videos kommen. Denn, ich habe die Schule gewechselt. Ich habe jetzt bis fünf nach halb vier Schule. Ja, bis fünf nach halb vier. Zweimal in der Woche habe ich bis fünf nach halb vier Schule. Ich habe Handballtraining. Ich habe Handball AG. Ich habe ein Handballspiel. Und ab und zu möchte ich auch noch Freizeit genießen. Und mit den Freunden was machen. Oder einfach auch mal so ohne Aufnahme in Minecraft spielen. Und ich habe jetzt auch FIFA 16, Leute. Ich habe FIFA 16, das wird auch bald mal kommen. Es ist tragisch. Es kommen keine FIFA 15 Videos mehr. Aber FIFA 16 ist doch viel besser als FIFA 15. Dann möchte ich das erst mal abbauen hier. Äh, das kann ich nicht. Oh, scheiße. Ich brauche eine Eisenspitzsäcke, Digga. Fucking. Muss Eisen sein. Fuck. Da. Nein. Fucking Alter. Fucking. Okay, ich habe jetzt gerade so Eisen verschenkt. Kann ich noch Eisen? Erstmal will ich noch unten pennen. Ah, scheiße. Fucking. Was? Ich muss doch wieder nach oben. Ich muss wieder nach oben. Denn wo bist du? Da, da bin ich wieder. Euer T-Logs 88. Ich muss mal in den Tor fliegen. Ähm, denn... Ich war ja da unten gespottet und ja, jetzt bin ich auch mal in meinem Haus gewesen hier. Und Kilian. Ich schicke dir mal eine Einladung mal. Okay. Und ja. Ich weiß eigentlich auch nicht, was dieses Projekt hier eigentlich soll. Keine Hühnchen. Okay, und ich werde auch nicht mehr so lange Folgen machen. Ich verabschiede mich schon mal. Wirklich ist... Äh, ich kann nicht mehr so lange Folgen machen. Ich habe ein neues Handy. Mein Handy wurde geklaut. Ich nehme mit Handy auf. Und ja. Leute, dann verpisse ich mich. Und haut rein, Leute. Was geht ab? Tschüss. Bis. Bye.